Bouncy? Bouncy? Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Okay, das ist geil. I love that take. Ich glaube nämlich auch, wenn ich hier durch bin mit dem Game, werde ich auch mal mir eine Liste raussuchen. Also, ne, so, wo sind drei Seeds, wo sind Versteckte? Und dann mal alle sammeln. Kurz weg und du wirst den Elefanten. Ja, Elefantenpower. Geiler Scheiß. Das ist ein nicees Ding. Aber welcome back erstmal. Welcome back. Genau. Wir waren in der Special-Welt und sind jetzt hier bei dem, ähm, naja, nicht, wo ich aktuell hänge, sondern wo ich jetzt aktuell in meinem Spielverlauf bin. Bei den Leveln. Und hier sehe ich vier Sterne Schwierigkeit. Da sehe ich mich. Feuer frei bei den Stacheln. Und ich nehme nicht Auto-Jump. Ich nehme nicht Auto-Jump. Wir können den Sprint versuchen vor der Lulz. Aber ich nehme nicht den Auto-Jump. Ah, fuck. Ja, ich, ich kriege Mario Maker Vibes. Oh Gott. What have I done? Ah, da ist gut. Komm runter. Komm runter. Yes. Okay. Ich muss nur aufpassen. Nice, nice, nice. How did that? Egal. Haben wir. Scheiße. Sehr schön. Nicht so schön. Nein, ich habe meinen Boy verloren. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich kann nicht mal mein Power-Up rausholen. Haha. F me, Alter. Okay, die mussten mich retten, die Leute. Ei. Nee, aber ich muss da unten lang für... Oder? Die kann doch nicht anhalten, ne? Ähm. Okay, warte. Hätte ich meinen Boy besser geschossen aus der Röhre, dann hätte ich den jetzt noch. Dann könnte der dort was aktivieren und wahrscheinlich uns zu der letzten großen Münze helfen. Wir spielen erst mal. Manchmal hat man auch einfach nicht so ein... Oh, warte. Es ist ja öfters nicht so, wie man denkt. Das war dumm. Das war dumm. Ich wollte das Power-Up. All good. All good. Ah! Wenn ich crouche, kann ich ein bisschen... Okay. Er auto-croucht auch, aber es ist okay. Es ist okay. Deckung mir da ein Blümchen auf. What the fuck? What am I seeing? Ah, Wonder Flower. Yes, of course. Ah! Wonder... Okay, ja. Ja, 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 ja. Kennen wir. Da sind wir jetzt. Da sind wir Profis drin. Oh my! Ja. Scheiße. Hat das in der Mitte wäre besser gewesen? Egal, egal. Flower. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ich habe einen Timer. Ich weiß nicht, wie weit der ist. Wahrscheinlich gar nicht, aber... Nein, ist aber richtig. Alles okay. Ist mir leid, kleine Blume. Kleine Schrei-Brüllhals-Blume. Die sind cute. Da fällt immer noch. Ah! Ja! 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 Okay. Ah, wir konnten salvagen. Natürlich, kleine Blume. Natürlich! Ah, ich brauche den da vorne drin. Nein! Okay, dann war das aber davor wirklich nichts Wichtiges. Ah! Na gut. Dammit! Wir haben es mit diesem Power-Up geschafft, aber... Äh? Letzte Bindse fehlt. Ich hole den anderes Machen wie jetzt immer, ja. Muss jetzt nicht nochmal gemacht werden. Alles cool. Irgendwann hole ich dich. Special-Secret-Weg? Ah, nee. Es sind aber... Es ist... Doch. Nein. Hm? Du hast dich über diese Plattform bewegt, als hättest du nie etwas anderes getan. Welch ein Anblick. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Okay, was haben wir hier? Äh, Verschnaufpause. Zeitschalter. Äh, Kletterei. Okay, das sind so... Ich nenne es mal One-Screen-Level. Ähm. Gibt mir mal einen schönen Sprung. Zeitschalter-Kletterei. Ach Gott. Aha. Ich weiß. Ich weiß. Nee, geht schon. Toad, komm zu mir. Ich kann nicht resen. Never mind. Oh mein Gott. Wo zur Hölle soll ich lang gehen? Und wie ist er gestorben? Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. I know. Probably. Maybe. Eventually. Ja, Verstaufpause, ne? Ja, 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 ja. Fünfzehn. Genau, wir brauchen nur zehn für das Level, aber wir machen natürlich... Ne, wir nehmen natürlich mit. Wir nehmen natürlich mit, ihre Lieben. Äh, Schwärmertest. Unterm Nachthimmel. Schwäbesprung. Ja, doch, Schwäbesprung. Doch, 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 doch. Wir machen weiter, Schwäbesprung. Was sind das für Dinge? Hm? Ich kann sie... Hauen. Oh, die sind... Die sind... Okay. Da fehlt keiner sad for punching them. Die sind so schön. Shine. Nope. Not sorry. Fuck you. Ihr Arschkrampen. Okay, schön, 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 schön. Na, das geht ja gut los. Das geht... Oh mein Gott, das geht ja viel zu gut los. Timing und so. Ich hab einen Stern, schön. Es regnet Sterne. Dankeschön. Das ist ein Alaphine-Level. Es regnet süße Sternchen. Oh, mit Timer. Oh, yes, mit Timer. Hm. Okay, Vorsicht, nicht in der Grundfall. Das wäre ziemlich weak. I am going doing things. Ja, Fababab, das will ich. Okay, wir haben alle drei Münzen. Den Wunder sieht haben wir gerade aktiv. Ach, Gott. Sehr schön. ja ich hab so ein resting brauchen die leute hier nicht jetzt frage ich mich aber wo das spezial level auf uns wartet nicht dieses also das spezial level was dann halt neuen weg wird der meister zum schüler aber schon lange bruder noch eine verstaubt ein sprint eben war es glaube ich ein rennen jetzt ist es schon ein sprint ja abfahrt abfahrt oh 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 ja okay ja rotig rotig aber sowas von du maybe int nö maybe int china bro ist ein bro arrest mich frech aber muss ich den weg machen ok richtiger bro junge 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 ne das war gar kein rennen das war was mit hochklettern ja kletterei tschuldigung kletterei mit sprint all good äh so hier nächste level muss unlockt werden 10 seeds wir haben 18 easy ja genau kleine cute piranha plant es gibt auch super cute neue piranha plants vielleicht sehen wir sie ich weiß nicht mehr in welchem level sie waren es sind melonen und sie schießen melonen seeds das ist super cute letzte prüfung reichst du das verstecken warte 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 ja okay ja mhm prüfung was er redet immer von prüfung ich hab schon vergessen wer er überhaupt ist meister form 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 oh my ok welche prüfung meine ach no one else haaa ne ne stopp 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 Nee, 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 nee. Das lass ich so nicht stehen. Nee, 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 nee. Na. Don't you fucking dare. Don't you fucking dare. I'm gonna get that flower. Ah. Oh, fuck. What? Okay. Aha. Da war ne Münze. Schön. Das ist schon irgendwie ein süßes Upgrade. Oder ein Fick. Ein süßes Effekt. Got him? Got him. Okay, aber wo ist die Münze jetzt hin? Ja, shit's back to normal. Zwei haben wir verpasst. Ah. Ja, nee, okay. Das ist was. Muss man nochmal spielen und dann nicht den Wunder Seed nehmen. Ist okay. Wunder Seeds sind erstmal wichtiger. Die sind erstmal wichtiger. Aber, ne, cooles Level. Cooles Level. Bin ich gespannt. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Wundersamen an den Güldenfällen gefunden. Zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. Hab ich dieses Pop-Up jemals bekommen? What? Güldenfälle. Nein, guck mal. Die Zahl ist blau. Oh. Ich muss. Ich habe. Leute. Und ich dachte, ich hätte genau geguckt. Und wir haben heute hier sogar welche extra gefunden. Da könnt ihr mal sehen. Na, schöne Scheiße. Viele Secrets. Viele Secrets in diesem Papier. Holy shit. I like. I like. Äh, Königsamenvilla. Genau. Jetzt sind wir beim Bossfeld angekommen. Ich hätte einen Elefantenpaub mitnehmen sollen. Du hast eine Prüfung? Ja. Prinz Florian. Ja. Okay. Der Meister hat nicht viel gelernt. Er gibt ihn mir einfach. Kein Bossfeld. Oh my. Well, never mind. Easy. Königsamen, ne? Am Abschluss von so einem ganzen Gebiet. Ja, bisher zwei Bowser-Junior-Files. Ich glaube an dich. Danke. Okay. Haben wir diesmal einfach geschenkt bekommen. Aber trotzdem, Speziallevel. Ich bin noch nicht... Ah, there we go. Okay. Ah ne, zur Blüteninsel zurück. Ah, das ist direkt zurück, zurück. Ja, irgendwo haben wir was verpasst. Bei den Güldenfällen. Das ist ein bisschen Ärger mit dem Samen. Ja, das Ganze ist Bowser. Er ist mit einem Schloss verschmolzen. Und wir klauen ihm seine süßen Rauchwolken. Piranha-Raupen. Ihr nervt, Regen. Wir... Wir hören nicht auf, Bruder. Ah, shit. Die Sengi. Meine Vorbereitung für das große in einer... Oh, jesige Wunde habe ich nicht unterbrochen. Warum hört ich endlich damit auf, es mir verderben zu wollen und du freust dich einfach drauf? Okay. Den kriegen wir wieder ins Inventar. Was plant er nur? Ich habe keine Ahnung. Uns fehlen noch Königsamen. Yeah. Ja, Abfahrt. Jump, 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 jump. Warte, kann ich mir jetzt das nächste Gebiet aussuchen? Oh, damn. Fire and shit. Warte, wie viele von den Seeds habe ich? 13. Ja, wir könnten uns Welten aussuchen. Okay. Sehr schön. Sowas ist cool. Äh, aber... Halt, stopp. Halt, stopp. Ich lasse das hier nicht auf mir sitzen, dass wir hier... Sch-sch-sch-sch... Das, äh... Noch nicht herausgefunden haben, wo der Weg abführt. Wir folgen mal hier dem Boy. Der hat Ahnung. Ich fühle das. Vielleicht weiß der, wo hier Secret Secret ist. Oder er weiß es nicht. Wenn irgendwo, ne, so wie davor, gibt es noch ein anderes Ende? Vielleicht bei dem Vierer-Level. Das war davor auch das Vierer-Level. Abfahrt. Abfahrt. Wir gehen es einmal durch. Wenn wir es nicht finden, gehen wir in eine neue Welt. Aber... Will ich nicht so ganz auf mir sitzen lassen. Ah ja, richtig. Ich bin ein Esel, wie er im Buche steht. Mein Mann wird das Level doch eben erst. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ne, wir machen das nochmal neu. Da nehme ich auch das Power-Up mit. Ähm... Denn wahrscheinlich... Brauchen wir das Power-Up auch. Hm. Yes. Nein! Da geht's nach oben. Puh. Servaged. Scheiße. Äh... Münze am Ende brauchen wir. Genau. Äh... Das ist noch ein Punkt. Aber... Äh... Hauptfokus. Alternativen Weg finden. Unseren Boy mal behalten. Das heißt, bei Höhenunterschieden gucken, dass wir den auch noch wieder zurückkriegen. Ne? Ganz wichtig. Wir hatten ja das Auto-Jump-Ding, deswegen hat uns das so ein bisschen die Tour vermasselt. Den nehmen wir nicht mit. Wir springen nicht. Wir lassen den einfach fallen. Scheiß auf die Münze. Okay, wenn ich ein geheimer Secret-Exit wäre, wo... Wo würde ich mich verstecken? Äh... Vielleicht... So. Das haben wir vorher nicht geschafft. Aha. Aha. Du machst das toll. Dankeschön. Okay, das sind nur ein paar Coins. Wie wir uns ja fast gedacht haben. Ein paar, was wir nicht brauchen. Egal. Okay. Nee, jetzt kann ich nicht mehr schießen. Darauf achten, dass wir den Boy behalten. Nicht springen. Nicht springen. Ganz entspannt bleiben. Ein wunderschönen Hero. Herzlich willkommen, mein Guder. Warte, was war hier? Nein, ich... Ja, ich... Ich hab das Level gerade gespielt. Ja. Ähm... Lass mich überlegen. Lass mich überlegen. Wenn wir sterben, wir haben den Checkpoint gehabt, ne? Da war ich auch schon. Das ist ein nices Level. Weißt du vielleicht, ob es hier einen Secret-Exit gibt? Weil wir suchen in den gülden Fällen gerade den Secret-Exit zur Spezialwelt. Und ich bin... Okay. Ah, genau. Wir waren wieder hier. Okay, wir haben unseren Boy. Ähm... Leider nein. Okay. Weil wir hatten den in dem zweiten Gebiet. Den hatte ich gefunden. Den im ersten... Heute. Den hab ich mir erstmal übersehen. Den hat es heute gefunden. Und ich mir dachte, das kann doch nicht. Da muss doch was. Da muss doch was sein hier. Auch nur den ersten. Okay, dann können wir den zweiten nochmal gerne. mal kurz, äh, showcasen. Showcasen sag ich. Zeigen, Bruder. Zeigen. Das war nur die dritte Münze. Okay. Okay. Genau, na, äh, im ersten Level musst du ja mit dem Elefanten-Power bis ans Ende kommen, was ich dann schon irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hatte. Bruder, lasse mich nicht an. Äh, mit deinem Halulu. Ähm, genau. In der ersten Level musst du ja mit dem Elefanten-Power bis zum Ende des Levels kommen, um dann dir den Weg freizuschalten. im zweiten können wir gleich mal gucken. Aber hier? Schwere Musikspiel gemacht. Äh. Schwere Musikspiel? Da, äh, das ist das hier, meinst du? Nächtliche Rhythmen. Moin. Aha, Gamm, I'm sorry, yes. Gamm, Gamm, Gamm. Ein wunderschön. Es gibt kein Secret Exit. Hier in der Welt, in, in, in Güldenfällen. Dann danke dir, danke dir. Genau, in, 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 in Welt 1. Genau, den haben wir heute gefunden. Okay, also Welt 3 wurde uns gesagt, danke dir. Keiner, da muss ich auch nicht wie so ein Esel da rumrennen. Äh, untersuchen. Alles cool. Äh, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und dann in die Spezialwelt, genau. Nee, ich dachte nämlich, ne, weil so, dass, das, das, das Pattern von wegen Jede Welt hat einen Zugang, aber uns wurde gesagt, lieben Dank, wirklich. Im letzten Haus. Ach so. Hier? In der Königsamen, was? Warte mal. Nein. Okay. Dankeschön. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ich wollte, um, 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 um darauf zu kommen. Um so verzweifelt zu sein. Um nochmal zu dem NPC reinzugehen. Okay, Leute, Spezialwelt Nummer 3. Äh, Wasserfall Spezial, Vorsicht, Steinschlag. Aber wer, also, wer denkt denn, also. Ja, okay. Hey, guter Kor. Dankeschön, Dankeschön. Vorsicht, Steinschlag. Nehmen wir die Käppi mit? Ja, wir nehmen die Käppi mit. Okay. Das sieht schon mal nicht Hallöchen, nicht tödlich. Ich sag, es sieht nicht tödlich aus. Was haben wir im Hintergrund? Kann ich die wegschlagen? I can. Okay, zum Glück bin ich Elefant. Ah, swear to God. Wenn wir das Elefanten-Prob verlieren, ist vorbei. Oh, mein fucking Gott. Was ist das? Dann gib mir die Feuerblume. Ich habe noch einen Elefanten als Backup, aber den lasse ich für das Secret. Secret Escape? Bohrer-Upgrade habe ich noch nicht benutzt bisher. Und das Ganze mit dem Wanderseed. Okay, let's go. Ah. Du bist Gamer, du weißt doch, dass man mit NPCs redet, die keine Dialogoption mehr haben. Aber es gibt ja nicht mehr Dialogoptionen. Die labern einen ja nur zu. Ich bin doch ehrlich, ich lese nicht, was die mir hier für ein Kotlet an die Backe labern. Ich laufe an der Wand. Okay, geil. Oh, oh. Sonic, bist du das? Bouncing? Bouncing? Oh, mein Gott. Oh, mein fucking Gott. Okay, das ist geil. I love that take. Also, ne? Ja, Draco, du hast natürlich recht, man labert immer mit Leuten, aber ich... Ne? Gut gemacht! Absoluter Fiebertraum wieder. Diese Wanderseeds, ey, wirklich, I love it. Nein, ich komm nicht raus, oder was? Ne, scheiße. Absoluter Fiebertraum. Ich chill hier einfach, bis der Weg frei ist. Sorry, aber... Ich sehe den Fehler in meinem Plan. Yes, baby! Okay, alle, alle, alle... Oh Gott. Alle Münzen bekommen. Ha! All good, all good, all good, all good, all good, all good. Äh, von Sonic ist auch ein neues. Sonic Superstars. Ah, okay. Gar nicht mitbekommen. Gar nicht mitbekommen, Bruder. Oh. Sonic Superstars. Ne, aber das... Das gerade wirklich so Flashbacks... Ich weiß gar nicht, war das in Sonic 3? Ich glaube ja, diese Top-Down-Ansicht, wo du die Punkte sammeln musstest. Äh, bis du den Emerald dann einsammeln konntest. So Minigame-mäßig. So Minigame-mäßig. Also das ist ein cooles Level. Das ist ein sehr cooles Level, muss man sagen. Das ist geil. Und, wir haben jetzt genug, um, ähm, hier weiterzumachen. Wir haben die, äh, sexy Ziel. Okay. Oh. Und, wir haben die, äh, sexy Ziel. Und, wir haben die, äh, sexy Ziel. Und, wir haben die, äh, sexy Ziel. Untertitelung des ZDF, 2020